Hallo HSV-Fans. Ich melde mich mal Indoor. Ich komme gerade von der Haugenstraße zurück. Tierisch kalt und das Bier war auch nicht so schön. Davor hat mich an sich nicht sehr erwärmt. Also die HSV, die U21, hat 2-2 gespielt gegen Vf Hildesheim. Also das Bier sollte man schnell abhaken. Im Grunde genommen war das ein bisschen, wir werten das 1-0 in der sechsten oder siebten Minute. Und dann haben sie gedacht, das geht so einfach weiter. Aber die Hildesheimer haben gut dagegen gehalten, das muss ich schon sagen. Und sind sogar 1-0 und 2-1 in Führung gegangen. Das sah ganz ordentlich aus wie Hildesheim. Das erste Tor war natürlich ein klarer Torwartfehler. Entweder kommt er raus oder bleibt er drin. Also da wusste er nicht, der junge Mann. Aber das kann passieren. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein war der Punkt auch verdient für die Hildesheimer. Die haben gekämpft bis zum Umfallen und haben dann noch eine ganz schmerzliche Sache erlebt. Ihr Stürmer, der ist wohl in Rasen hängen geblieben, ist ins Krankenhaus gekommen. Also das knieße auch nicht gut aus. Also ich nehme an, dass so ein Kreuzweinriss ist. Also gute Besserung für den Jungen der Hildesheim. Ja, sonst ist das schnell erzählt worden. Wir haben viel zu kompliziert dieses Spiel. Also wir wollten das schön machen hin und her. Und gegen so ein Gegner musst du über die Flügel kommen und flanken. Also in einzelne Kritik will ich heute gar nicht gehen. Das Spiel war nicht schön. Und ich habe unheimliche kalte Füße gehabt. Aber sonst geht das immer weiter, Jungs. Den Punkt haben wir geholt heute und gestern Abend. Das sind schon mal zwei. Nur der HSV. Alles klar. Ich wünsche euch weiter. Und ein schönes Jahr. Das werden wir alle. Auch für die U21. Für meine Jungs. Und für den Trainer Tietze auch. Alles ordentlich. Das sind alles ordentliche Jungs. Die kommen dort. Da bin ich von mir zu euch. Da sind jetzt noch lange nicht ruhig. Und nächste Woche gibt das wieder ein Dreier. Tschüss. Noch schöner werden. Tschüss. Nur der HSV.